Hallo und willkommen zum Boss Guide von Hodir. Hierbei benötigt ihr in der von uns beschriebenen Taktik nur einen Tank. Der Kampf besteht ebenfalls nur aus einer Phase. In der Mitte des Raumes findet ihr im 25er Modus 8 eingefrorene NPCs. Diese solltet ihr direkt am Anfang des Bosskampfes befreien, sodass ihr euch im Kampf gegen Hodir unterstützen. Die NPCs sind dabei in 4 Klassen unterteilt. Druiden fügen dem Boss mittels Zorn Schaden zu und zaubern zugleich Sternenlicht auf dem Boden. Das ist ein göttlicher Strahl, der das Angriffs- und Zaubertempo von jedem Spieler erhöht, welcher sich darin befindet. Der Schamane benutzt Lava-Eruption, um Schaden zu machen und zaubert eine Sturmwolke um einen zufälligen Spieler. Dadurch erhalten 4 verbündete Spieler, welche sich in der Nähe von ihm befinden, 30 Sekunden lang 135% erhöhten kritischen Schaden. Priester schießen heiliger Pein auf den Boss, heilen den Raid mit großer Heilung und befreien Spieler aus Eiskälte via Magiebandung. Der Magier castet einen Feuerball auf Hodir und hilft euch vor allem, die anderen NPCs aus dem Eis zu befreien. Deshalb sollten diese auch immer zuerst rausgeholt werden, was vor allem aber im 10er-Modus eher relevant ist. Zusätzlich stellen sie ein wärmendes Feuer, welches euch hilft, eine seiner ersten Fähigkeiten namens Beißen der Kälte zu umgehen. Beißen der Kälte verursacht bei stillstehenden Spieler einen Stapel Schaden über Zeitschwächungszauber. Das Bewegen oder Springen setzt die Stapelung zurück. Ihr müsst euch demnach regelmäßig bewegen oder neben einem Feuer stehen. Des Weiteren schießt Hodir via Eiszapfen an einen zufälligen Ort Eissplitter ab. Ihr erkennt diese an einem kleinen hellen Kreis am Boden. Hier müsst ihr sofort raus. Solltet ihr aber einen großen hellen Kreis am Boden sehen, wisst ihr, dass der Boss gerade Blitzeis castet. Hierzu benötigt er 9 Sekunden. Anschließend wird jeder Spieler eingefroren. Um das zu umgehen, wartet ihr neben dem besagten großen hellen Kreis am Boden, bis diese ausgelöst wurden und Schneewehen hinterlassen. Das erkennt ihr daran, dass eine Schneedecke auf dem großen Kreis liegt. Hier müsst ihr sofort drauf, sodass ihr nicht zu Eis erstarrt. Danach werden alle NPCs wieder eingefroren und ihr müsst diese wieder aus dem Eis schlagen. Sternfeuer vom Druiden oder andere AOE-Effekte bieten sich hierfür an. Achtet allgemein immer auf eure Umgebung. Aus den kleinen Kreisen sofort raus, bei den großen Kreisen schon mal langsam daneben hinstellen. Abwarten, bis der Eissplitter kam und dann sofort auf die Schneedecke. Weiter verursacht Hodir in regelmäßigen Abständen Frostschaden an Spieler innerhalb von 10 Meter und friert diese am Boden ein. Sie müssen sofort gedispelt werden. Als letzte Fähigkeit hat er seine gefrorenen Schläge. Wenn er diese aktiviert, macht er 20 Sekunden lang 70% weniger körperlichen Schaden, jedoch verursachen seine Angriffe zusätzlich ca. 30.000 Frostschaden. Außerdem erleiden alle Raid-Mitglieder alle 2 Sekunden Frostschaden. Der Raid kann gegengeheilt werden, der Tank benötigt allerdings Frostwiderstand. Hierfür kann man einen zweiten Tank abstellen, welcher eine Frostwiderstandsausrüstung trägt. Dieser sportet den Boss ab und übernimmt dann für ca. 20 Sekunden. Wir würden allerdings empfehlen, dass man es unbedingt zuerst probiert, dass der Main Tank einige Frostwiderstandsteile trägt, um somit auf ca. 180 Frostwiderstand anbufft zu kommen. Dadurch spart man sich den zweiten Tank und es kommt mehr Schaden auf den Boss. Im Hintergrund seht ihr schon Items und Verzauberungen, welche sich hierzu anbieten. Pausiert am besten das Video, wenn ihr euch die Gegenstände in Ruhe anschauen wollt. Tankt den Boss am besten in der Mitte. Dadurch ist die Chance, dass eure Meleys Sternenlicht abbekommen, deutlich erhöht, da ihr den Boss einfach ausrichten könnt. Man kann diesen aber auch in die Ecke ziehen, da dadurch der Raid weniger verteilt im Raum steht. Zusammengefasst, bleibt immer in Bewegung, um beißende Kälte möglichst gering zu halten oder haltet euch bei einem Feuer auf. Springen zählt hier auch. Weicht allen Kreisen am Boden aus, da dort gleich Eiszapfen einschlagen werden. Solltet ihr große Kreise am Boden sehen, macht euch bereit, direkt nach dem Einschlag auf die Schneewehe zu stellen. Stellt euch, wenn immer möglich, in das Sternenlicht und positioniert den Boss so, dass auch Meleys in Reichweite sind. Sprecht zudem dem Sturmkampf-Buff ab und dispelt so schnell es geht eingefrorene Spieler, sodass diese sich wieder bewegen können. Aktiviert jegliche Frostwiderstands-Buff, zieht Kampfrausch am besten nach dem ersten Blitzeis. Der Hard-Mode besteht einzig allein darin, Hodier innerhalb von drei Minuten zu besiegen. Hierbei ist es umso wichtiger, die Fähigkeit der NPCs wie Sternenlicht und Sturmkraft perfekt auszunutzen. Das Ganze ist also ein reiner DPS- und Movement-Check. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.